Meine Damen und Herren, wenn ich heute nicht in Person, sondern durch meine Stimme zu Ihnen spreche, so glaube ich, ich bin nicht dafür verpflichtet, dir die vielen Beweise, die sie während des letzten schweren Lebens, hier in dieser oder jener Form bekundet haben, meinen tiefgeschiedensten Dank auszusprechen. Sie haben dadurch meinem Herzen wohlgetan und hier die schwere Last erleichtert. Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit im Leben wiedergegeben. Die lebhaften, hier von allen Seiten entgegengebrachten Bekundungen sind ein schönes Geschenk, das hier an meinen alten Tagen von Ihnen gemacht wird. Ich bin mit des Wertes dieser Bekundungen wohlbewusst und dass sie mich in so freier und herzlich wohlgemeister Weise wieder in ihrer Mitte aufnehmen, wird mir ein Form sein, auch meinerseits nach bester Kraft zu tun, was sie von mir verlangen können. Ich habe während der langen Zeit viele Zusendungen an Krisen und Karten erhalten, aber das ist mir leider nicht möglich gewesen, dieselben zu beantworten, weil es der Ordnung des Hauses zu wieder war. Ich werde mich beeilen, noch nachträglich die Versäumung gut zu machen. Und wenn auch die eine oder der andere unter Ihnen hier darüber gelockt, rollen zu dürfen, so würde ich mich doch bemühen, diesen Rollen zu bilden und mir hier sehr geschäftes Wohlwollen wieder zu erwärmen. Viel tausendmal sind meine Gedanken über die engen Kranken entweckgeflogen. Die tiefe Stille, die mich so lange Zeit umgeben, weckte umso mehr die Sehnsucht nach Freiheit. Und ich habe den leisesten Klängen, die vereintes an mein Ohr, drangen, gelaufen wie eine Offenbarung aus einer anderen Welt. Und immer größer wurde die Sehnsucht in mir, als Freier unter Freien zu wandeln. Frei bin ich da nun wohlgeworden, aber ich wünsche und bitte Gott, lege mich da vorbewahren, noch einmal vogelfrei zu werden. So grieße ich die Sitzenden von hier aus und will an der Hoffnung festhalten, dass es hier noch vergänzter in Westin gelegentlich auch einen persönlichen Übersicht gehen und in freiem und umfassendem Vortrag zu bekunden, was mein Leben mich lehrt und geht in meinem Leben wohl manchmal arm, aber doch auch manchmal reich, wenn auch Lichtanhabern gut geworden sind, als es in dieser beschränkten und gebundenen Form möglich ist. Und so bitte ich Sie, mich auch weiter im guten Ansicht zu halten. Es ist erfreuend und erhebend, zu wissen und zu wählen, dass Tausende von Herzen bereit sind, zu leben, zu tragen und zu versäumen. Was die äußeren Umstände meiner Entlassung besitzt, ist heute das Endurteil darüber noch nicht gesprochen. Gut Sink will eben Beile haben. Mit Herzen zum Brücken und alten Treuen, Wilhelm Vogt. Gut Sink, Wilhelm Vogt